Was hörst du da? Hey, ich mag gerade Haftzeilen. Selber? Ja, klar. Geil. Wie ist denn denn Küsse dein Name? Schnarren die Haftzeilen. Cool. Wir laufen übrigens schon, ne? Ja, wir laufen immer. Guck mal, das ist fertig. Wir müssen das doch mal reinziehen, okay? Ja, das ist so richtig stumpfer Scheiß-Techno. Hast du keine Chance? Nee. Geil. Gibt es auch einen Demo-Funk? Ah, da kannst du höher drehen. Hä, das ist doch mega langsam. Ja, ich kann ja BPM einstellen. Mach mal. Ja. Trieb mal den Hof auf 180. Ja. Weiter 180. Ja, das ist ein bisschen zu doll. Lass mal 100. Das ist für John sein. Das ist trans und kein dark. Na und? Anni, weiter geht's. Warte. Ist ja eine Schuhe, oder? Geil. Wir können uns auch buchen. Wir können uns auch buchen. Halt zu, so gar nicht. Ich hab das die ganze Zeit gefüllt. Ja, okay, dreht auch wieder um. Ich mach so lange Moppe. Ja. 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 Ich hab das auch mal gesehen. Ja. Ja, ich hab's nicht mehr gesehen. Ja. Das ist ja... Der kommt aber ziemlich hoch, ne? Ja. Das ist mir... Der ist mir zu hoch. Der ist ganz geil. Der ist so lecker. Hey, der kann aber gut. Ja, gut. Ich weiß, dass du es da wieder ankommen. Der? Ja. Ja, gut. Fuck. Neun. Ah. Und jetzt können wir noch auf Harmony oder? Kannst du dich noch dran rumspielen? Richtig geil. Ja, okay. Geil! Ich papps richtig drauf. Okay, der letzte war scheiße. Warte, wie komme ich denn jetzt hier zurück? Ach so, hier kannst du natürlich auch noch rumspielen, ne? Ja, okay. Das war's von unserem Preset. Also, wie gesagt, Buchungsanfragen an die unten angegebene E-Mail-Adresse. Ja. Sexy. Wir haben Bock. Auf jeden. Wir machen heiße Stimmung im Club. Ja, aber eigentlich machen sie nur Dark. Ja. Und Hardstyle. 90er Techno habe ich auch am Start. Aber mehr ist nicht drin. Weil ich will dafür kein Geld ausgeben. Ja, doch. Ja. Ich habe auch noch Hooli Loops auf dem alten. Lass mal ein Album machen. Airblitten haben wir auch am Start und Zündestizer. Lass mal ein Album machen. Geil. Geil. Mit Blockflögel. Ja. Geil. Blockflögel Techno. Okay. Da sind wir wieder. Hallo. So ein kurzes Intro. Acht Minuten. Nein, das ist ja nichts. Ja, wir müssen ja auch noch zeigen, was wir sonst so drauf haben. Ja, ich glaube, das wollte keiner wissen. Doch. Alle gucken uns nur wegen unserem musikalischen Talent. Deinem immer noch. Deinem spielt die Achtung Verbände nicht ich. Ja, ist doch so. Ja. Aber du musst gute Beratung. Ja. Paula steht immer, wenn wir im Club sind und auflegen. Paula hat immer die Kopfhörer auf. Und tut so, als wird sie richtig viel Regen. Und macht einfach gar nichts. Und tut so, als wird sie dann rumstehen. Aber ich will halt Didi gut aussehen, weißt du? Ich bin für das Auge und sie ist für das Ohr. Das ist immer so. Die ganzen hässlichen DJs kommen auch um meine heiße Lady. Fick dich. Genau, wie Beep Beep. Ach, hast du es mitbekommen? Mhm. Ja, ich bin für sie. Und jetzt verschen sie mir. Ich bin für sie. Ich bin für sie immer schön. Ah, ich bin für sie mega süß. Ich bin für sie ganz schön. Ja, das ist gut, auch nicht.